Mahlzeit! Erst jetzt mache ich mein allererstes Tortenvideo, was ganz einfach daran liegt, dass ich extrem selten sowas mache. Da ich aber neulich Geburtstag hatte, habe ich einfach mal meine Lieblingstorte gemacht und mit zur Arbeit genommen. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, die Titrustorte mit weißer Schokolade. Die ist nicht nur richtig schön süß, sondern hat auch eine leichte Säure durch die Zitrusfrüchte eben. Das ist ein schöner Kontrast. Perfekt eigentlich für den Sommer, aber warum soll man sich die auch nicht im Winter geben? Und wenn ihr sehen wollt, wie ich sie gemacht habe, dann bleibt dran. Das ist nur ein Teil der Zutaten, denn die Tortenböen und die Creme, die außen um die Torte herum kommt, habe ich gestern schon gemacht. Wie genau und woraus sieht der gleich als erstes. Ansonsten brauche ich noch weiße Schokolade und Zartbitterschokolade, Zucker, Butter, Speisestärke, Eigelb, Wasser, unbehandelte Orangen und unbehandelte Zitronen. Und wie gerade angekündigt, zeige ich euch erstmal, wie ich die Tortenböen gemacht habe und die Creme, die außen auf die Torte kommt. Für die Tortenböen brauche ich Mehl und Stärke, schon einmal durchgesiebt, oder Zucker. Dann lassen wir uns abgekühlte Butter in die Eier. Und für die Creme, die einfach eine Ganache ist, brauche ich einfach nur Sahne und weiße Schokolade. Die Tortenböen nehme ich eine 28er Springform und mache zwei Böden, also es wird eine sehr große und mächtige Torte. Da ich allerdings nur eine Springform in der Größe habe, muss ich den Schritt mit dem Teig machen zweimal machen. Das Dopp-Papier kommt nur auf den Boden. Das heißt, ich klemme das hier ein, zähle mal zu und schneide drumherum das einfach ab. Jetzt geht es mit dem Teig los. Die Eier und Pullerzucker werden jetzt ein paar Minuten schön aufgeschlagen, dass es schön cremig wird, an Masse zu einem Teller wird. Ich sag mal so fünf, sechs Minuten wird es schon dauern. Perfekt, so sollte das dann aussehen. Jetzt gebe ich löffelweise erstmal die Hälfte vom Mehl rein. Die zweite Hälfte vom Mehl gebe ich mal abwechselnd mit der zerrassenen Butter hinein. Das war's schon. Jetzt kommt der Teig in die Springform. Er sieht erstmal sehr flach aus, aber im Ofen geht der Teig dann natürlich auf. Ich habe auch nochmal eine Prise Backpulver reingemacht. Die Mengenangaben, keine Sorge, stehen ja wie immer unter dem Video. Der Teig kommt jetzt bei 160 Grad Umluft oder 180 Grad Ober- und Unterhitze für 20 Minuten in den Ofen. Und in der Zeit fange ich mit dem zweiten Boden an. So sollte er dann aussehen. Schön goldbraun. Der ist irgendwie diesmal nicht gleichmäßig aufgesungen, also hier ist er ein bisschen höher. Mal gucken, wie der zweite Boden wird. Ansonsten muss ich einfach mit dem Messer das ein bisschen begradigen. Sieht man dann später eh nicht. Weiter mit der Ganache. Ist die Sahne einmal aufgekocht, kommt die zerstückelte Schokolade rein. Der Herd wird ausgeschaltet, wird jetzt mit dem Kochlöffel oder dem Schneebesen vermengt. So lange umgerührt, bis die weiße Schokolade komplett aufgelöst ist und sich mit der Sahne verbunden hat. Das Geschehen kommt sie in eine Schüssel, wird abgedeckt und lass ich über Nacht auf Raumtemperatur abkühlen. Und ich denke mal, morgen früh werde ich es dann im Kühlschrank machen und ja, dann geht's morgen weiter. Der nächste Tag, ich fange jetzt mit der Füllung an, die zwischen den Pfortenböden kommt. Dazu reibe ich mir von Zitrone und Orangeli Schal ab, aber nicht viel. Ich brauche von beiden so ungefähr zwei Teelöffel. Kommt jetzt schon mal in den Topf. Und dann möchte ich noch den Saft davon haben. Deswegen nehme ich wieder meine Presse. Dazu kommt jetzt das Wasser. Ein bisschen was habe ich davon benutzt, um die Stärke anzurühren. Und der Zucker. Und wird jetzt erstmal so lange erhitzt, bei mittlerer Temperatur. Das reicht, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Da ich hier Puderzucker habe, wird das relativ schnell gehen. So, das Ganze ist jetzt schön heiß. Jetzt kommt das Stärke gemischt da rein. Und jetzt gut vorrühren, dass da möglichst keine Kluppen entstehen. Und wird jetzt nochmal eine Minute ungefähr erhitzt. Nach der Minute werden die Eigelber reingerührt. Der Herd kann aus. Die Butter kommt mit rein. Beiseite stellen, umrühren, abkühlen lassen. Und dann geht es weiter. Jetzt geht es mit den Tautenböden weiter. Die müssen einmal halbiert werden. Könnten wir jetzt einmal mit einem großen Messer durchschneiden. Oder da gibt es ja diesen Trick mit der Zahnseide. Ich mache das jetzt zum ersten Mal. Jetzt Daumen drücken. Einmal rum und durchziehen. Gut, bei mir klappt es nicht. Ich nehme das Messer. Klappt doch wunderbar. Die Füllung ist jetzt zu einem richtig schönen Citruspudding geworden. Und so soll es auch sein. Kommt jetzt, wie gesagt, zwischen den Schichten der Tortenböden. So, und darauf der nächste Tortenboden. Die wird jetzt nicht so perfekt aussehen. Macht das überhaupt nichts. Weil es kommt dann nachher Creme rüber. Dann wird alles, die ganzen Schönheitsfühler werden kaschiert. Und weiter mit der Ganache. Die war jetzt den ganzen Tag im Kühlschrank. Ich habe die jetzt mal umgefüllt, weil ich die nochmal aufschlagen werde. Jetzt ist die auch nochmal etwas fester geworden und kompakter. So, lecker. Wieder zurück zur Torte. Den zweiten Brunnen habe ich komischerweise viel besser hinbekommen. Ich habe mir hier Backpapier drunter gelegt. Kann ich dann später hier rausziehen einfach, ohne die Torte anheben zu müssen. Weil ich werde gleich ein bisschen rumsauen. Jetzt kommt der Narsch einmal darauf und wird verteilt. Wenn man kein Palettenmesser hat, kann man entweder so einen Teigschaber nehmen oder ein langes Lineal. Wäre ganz scheiße, ich mache das jetzt wirklich einfach. Für diese Seiten nehme ich aber den Teigschaber. Oben kommt gleich noch ein bisschen Reben auf. Das war jetzt nur die erste Schicht. Ist jetzt nicht perfekt glatt, aber ich kann damit locker leben. Ist doch geil aus. Zum Glück mache ich ein Video davon. Das kriege ich nie wieder so gut hin. Der nächste Schritt. Jetzt habe ich hier weiße und dunkle Schokolade einmal gerieben und in den Tiefkühler gestellt. Damit die schon fest sind und mir nicht gleich in der Hand wegschmelzen. Ich teile die hauptsächlich so am Rand. Und an den Seiten. Dafür nehme ich wieder meinen Teigschaber. Ich nehme ein bisschen was. Und ja, nicht die Hälfte daneben, sondern drücke das alles hier am Rand fest. Dass was runterfällt, holt man sich einfach wieder hoch. Oder drückt halt das Backpapier einfach ein bisschen daran. So und spätestens jetzt seht ihr, wo ich das Backpapier hier habe. Dann kann ich das hier einfach wegziehen. Als nächstes Dekolament schneide ich mir von Orange und von der Zitronen mit einem scharfen Messer eine Schale, einen Streifen. Und jetzt einen Keks aussteche. Und steche mir aus der Schale ein paar Sternchen raus. Und die werden jetzt am Rand der Torte verteilt. Die Mitte lasse ich frei. Warum sieht der denn gleich? So, die kommt jetzt erstmal in den Kühltrank. Und dann geht es mit dem letzten Dekorationsschritt weiter. Nun der Feinschliff. Ich habe hier nochmal Schokolade geschmolzen. Dann fülle ich mir jetzt hier in meine Spritze. Weil ich keinen Spritzwörter habe. Denn ich werde die Torte jetzt etwas beschriften. Ja, das ist eine mickrige Drei. Egal. So, und jetzt hörst ihr auf, wie alt ich bin. Ja, ab jetzt bin ich 32,95 plus steuer. Da ich zu dem Zeitpunkt in der Buchhaltung war, fand ich das sehr passend und auch lustig. Es war richtig schön, immer wieder zu machen und vor allem zu essen natürlich. Meine Kollegen waren auch begeistert, also rundum gelungen. Wie gesagt, schöne, süße, leichte Säure als Kontrast. Ein Traum. Wie soll ich es anders beschreiben? Ein schön lockerer Boden noch dazu. Leckere Creme außen rum. Ihr seht, ich bin begeistert. Wenn ihr noch mehr Tortenrezepte von mir sehen wollt, dann schreibt es mir unten in die Kommentare oder auf meinen Social Media Accounts. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.